Ein Architekt und eine Idee. Der Südafrikaner Sean Keeler plant ein außergewöhnliches Gebäude mit einem revolutionären Konzept. Am Ufer des Persischen Golfs erbaut er einen Wolkenkratzer, das Bahrain World Trade Center. Dieses Bauwerk ist einzigartig, doch nicht wegen seiner Höhe, nicht wegen seiner Form. Sein Architekt verwirklicht damit eine Vision. Das Bahrain World Trade Center soll das erste Hochhaus der Welt sein, das sich selbst mit Energie versorgt, mit Windkraft. Im Bereich der erneuerbaren Energien hat die Windkraft längst eine Führungsrolle eingenommen. Anlagen auf der ganzen Welt verfügen mittlerweile über eine Gesamtkapazität von gut 100.000 Megawatt. Genug, um ganze Städte mit Strom zu versorgen. Diese Energie wird allerdings fast ausschließlich in großen Windparks erzeugt. Deren Nachteil? Die Leitungswege zum Stromkunden sind weit, viel Energie geht verloren. Die Lösung klingt einfach. Windenergie objektnah erzeugen, direkt am Gebäude, das sie verbraucht. Doch niemandem ist es bislang gelungen, diesen Plan umzusetzen. Ein Architekt stellt sich der Herausforderung. Sean Keeler lebt in Dubai und ist für seine Wolkenkratzer im Nahen Osten berühmt. Der passionierte Segler erforscht seit Jahren intensiv unterschiedlichste Ansätze, Windkraft für seine Bauprojekte zu nutzen. Jetzt steht er kurz vor dem Durchbruch. Ich setze mich leidenschaftlich für nachhaltige Konzepte ein. Und bei allen Projekten, an denen ich arbeite, suche ich nach nachhaltigen Lösungen. Mindestens ein Drittel der weltweit verbrauchten Energie wird von Gebäuden verschlungen. Sean Keeler möchte diesen Anteil verringern. Mit Niedrigenergie-Klimaanlagen oder hocheffizienten Verglasungen erzielte er bereits große Erfolge. Jetzt hat er ein Gebäude entworfen, das sich selbst mit Energie versorgt. Wer gerne segelt, hat ein Gespür für den Wind. Von Anfang an erkannte der Architekt deshalb das große Potenzial am Standort seines neuen Bauprojekts in Bachrhein. Im November 2003 kam ich das erste Mal nach Bachrhein. Es war sehr windig. Ich dachte nur, hier müsste man segeln. Ich achtete sofort auf Windstärke und Windrichtung. Das Königreich Bachrhein ist ein Inselstaat östlich von Saudi-Arabien. Seine Hauptstadt Manama liegt direkt an der Küste des Persischen Golfs. Bachrhein wird von der Sonne verwöhnt. Im täglichen Zyklus erwärmt sich morgen für morgen in Bodennähe die Luft und steigt nach oben. Ein Tiefdruckgebiet entsteht und saugt kühlere Seeluft an. Das Ergebnis? Starke, konstant wehende Küstenwinde. Ausgerechnet hier, in einer Region, deren Wirtschaft sich ganz und gar um das Erdöl dreht, sieht schon Kieler den idealen Platz für seine Energiealternative, die Windkraft. Aber einfach ein Windrad aufs Dach seines Wolkenkratzers zu stellen, kommt für den Architekten des Bachrhein World Trade Centers nicht in Frage. Kieler möchte drei Rotoren hocheffizient in das Gebäude integrieren, übereinander gestapelt. Auf drei in verschiedenen Höhen gelegenen Brücken, die zwei turmförmige Gebäudeteile verbinden. Eine bestechende Idee, aber sie hat gleich zwei Haken. Die Rotorblätter von Windkraftanlagen fangen die Bewegungsenergie der Luft auf und leiten sie an einen Generator weiter, der die Windkraft in Elektrizität umwandelt. Damit sich die Rotoren drehen, müssen ihre Blätter ständig und direkt dem Wind ausgesetzt sein. Deswegen werden Windräder üblicherweise auf hohen Stahlrohrtürmen montiert. Schornkillers Rotoren hingegen wären auf einer horizontalen Achse fixiert, ohne Möglichkeit, sich wechselnden Windrichtungen anzupassen. Das zweite Problem resultiert aus der vertikalen Anordnung der drei Windräder. Je höher die Position, desto größer die Windgeschwindigkeit. Die obere Turbine würde sich deshalb deutlich schneller drehen als die unteren, was die Lebensdauer der oberen Turbine massiv verkürzt. Auf der Suche nach einer optimalen Lösung profitiert der Architekt erneut von seiner Erfahrung als Hobbysegler. Er entwirft die beiden Türme des Gebäudes in Form zweier riesiger Segel. Deren Querschnitt legt er ellipsenförmig an, wie die Tragflächen eines Flugzeugs. So gleicht Kieler den Nachteil der starren Horizontalachse aus. Form und Ausrichtung der Türme leiten den Wind immer in die richtige Richtung. Die sich nach oben verjüngende Form der Türme erwirkt zudem, dass den unteren Rotoren mehr Wind zugeführt wird als den oberen. So drehen sich alle Windräder stets in gleicher Geschwindigkeit. Eine geniale Idee. Aber da Erfahrungswerte fehlen, kann niemand sagen, ob sie wirklich funktioniert. Der Architekt will seine Pläne von Ingenieuren überprüfen lassen und die technischen Möglichkeiten ausloten. Doch dazu kommt es nicht. Der Bauherr ist bereits von Killers ersten Skizzen so beeindruckt, dass er unmittelbar den Auftrag zu ihrer Umsetzung erteilt und sofort mit dem Bau beginnt. Das war ein absoluter Schnellschuss und das bei einem so großen Auftrag. Als die Fundamente längst fertiggestellt sind, sucht der Architekt noch nach einer Firma, die seine Turbinen überhaupt bauen kann. Und nach Ingenieuren für die Konstruktion der drei Brücken. Andernorts werden derweil kritische Stimmen laut, die Sean Killers Pläne als zu risikoreich einschätzen. Es kommt zwar ziemlich selten vor, dass ein defekter Rotorblätter zu einem Absturz der ganzen Anlage führt, aber es ist nicht ausgeschlossen. Wenn sich dann Menschen in der Nähe aufhalten, nur wenige Meter von rotierenden Bauteilen entfernt, könnte das schlimme Folgen haben. Das ist ein echtes Risiko. Killers kontaktiert Dutzende von Turbinenherstellern und Energiefachleuten. Alle weisen ihn ab. Sechs Monate verstreichen. Vom Bahrain World Trade Center stehen bereits die ersten fünf Stockwerke. Auf der Suche nach einer Firma für die Turbinen stießen wir auf viele, die der Meinung waren, dass unsere Idee nicht zu verwirklichen sei. Windkraftanlagen wurden bisher immer auf der grünen Wiese errichtet, nicht im urbanen Raum. Und schon gar nicht zwischen zwei Gebäuden auf einer Brücke. Die Gegebenheiten dort weichen natürlich komplett ab von denen eines freistehenden Turms. Während sein Gebäude wächst und wächst, sucht Sean Killer weiter nach Ingenieuren, die bereit und fähig sind, dessen revolutionäres Windkraftkonzept umzusetzen. Trotz aller Absagen kommt es für den Architekten nicht in Frage, seine Pläne in der Schublade verschwinden zu lassen. Nach einem halben Jahr zahlt sich seine Hartnäckigkeit endlich aus. Weit weg von Manama, im über 6000 Kilometer entfernten Kopenhagen, hören zwei Dänen von Kielers Projekt. Ole Sangil baut Turbinen, Lars Torbeck entwirft Brücken. Die beruflichen Wege der beiden Ingenieure hätten sich wohl niemals gekreuzt, bräuchte Sean Killer nicht beides. Drei Generatoren auf drei Brücken. Ich traf mich vor Ort in Bachrhein mit Lars und Ole. Meine erste Frage war, halten Sie das für machbar? Lars sah mich an und sagte, ja, das ist machbar. Es sind zwei normale Ingenieursaufgaben, die wir nur auf kreative Weise verbinden müssen. Die dänischen Ingenieure machen sich umgehend an die Arbeit. Viel Zeit bleibt ihnen nicht, um der Welt zu beweisen, dass Sean Kielers Vision kein Hirngespinst ist. Zunächst überprüfen die beiden an einem Modell, ob die angedachten Windkraftanlagen auch ausreichend Energie produzieren, um sich auf Dauer zu amortisieren. Das ganze Projekt hat nur eine Zukunft, wenn es wirtschaftlich bleibt. Normalerweise stehen Windräder auf freiem Feld und die Rotoren drehen sich in Richtung des Windes. Das Ausloten der Windrichtung optimiert die Energiegewinnung. Weil die Rotoren des Bachrhein World Trade Centers jedoch fest auf den Brücken montiert werden, müssen die Ingenieure die Windverhältnisse zwischen den Türmen genau berechnen. Sie erproben ihr Modell im Windkanal. Trockeneisnebel macht die Luftströme sichtbar. Sensoren messen die Windgeschwindigkeit. Die Ergebnisse machen Mut. Während der Wind die Lücke zwischen den Türmen durchströmt, wird er um 20 Prozent beschleunigt. Und auch bei wechselnder Windrichtung geht Sean Kielers Konzept auf. Hier wird ganz eindeutig sichtbar, dass der Luftfluss seine Richtung anpasst. Wir sahen im Windkanal, dass der Wind, wenn er auf das Gebäude traf, eine S-förmige Kurve beschrieb und durch die Lücke strömte. Die elliptische Form der Türme beeinflusst den Luftstrom genau so, wie der Architekt sich das vorgestellt hat. Sie lenkt den Wind in geradem Winkel direkt auf die Rotorblätter. So decken die Generatoren den Energiebedarf des Wolkenkratzers sogar dann noch zu bemerkenswerten 15 Prozent, wenn der Wind seitlich auf das Gebäude trifft. Mit einer so hohen Effizienz hat nicht einmal Sean Kieler selbst gerechnet. Natürlich bin ich immer davon ausgegangen, dass es funktioniert. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so gut funktioniert. Ole Sangil weiß jetzt, auf welche Belastung er die Turbinen auslegen muss. Am Computer simuliert er 199 mögliche Luftstrom-Szenarien, darunter auch einen Hurricane mit 252 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit. Das technische Lastenheft für die Windkraftanlage steht. Nun sucht der dänische Ingenieur einen Hersteller, der es umsetzt. Keine leichte Aufgabe, denn nach Branchenmaßstäben handelt es sich bei den drei kleinen Rotoren für Bachrhein um einen winzigen Auftrag. Und der Trend in der Windradfertigung geht in eine völlig andere Richtung. Riesige Rotorblätter, gefertigt in Großserie. Das größte Rotorblatt der Welt misst stolze 61,5 Meter und ist damit fast fünfmal so lang wie die Blätter für Sean Kielers Projekt. Hergestellt und an Windparks in aller Welt geliefert, wird es von einer Firma in Dänemark. Jeden zweiten Tag verlässt ein solcher Gigant deren Werkshallen. Dieser Transport ist für einen Windpark an der deutschen Nordseeküste bestimmt. Eine mit solchen Rotorblättern ausgerüstete Turbine erzeugt Energie für 1500 Haushalte. Wo der Markt nach Masse fragt, stößt ein individueller Spezialauftrag auf außerordentlich gedämpftes Interesse. Ole Sangil und Lars Thorbeck müssen improvisieren. Sie beschließen, bereits vorhandene ältere Rotorblätter einfach anzupassen und sondieren dann den Gebrauchtmarkt. In puncto Sicherheit allerdings gehen die Ingenieure kleine Kompromisse ein, denn ihre Rotoren werden sich nicht in einsamer Landschaft drehen, sondern an einem Bürogebäude direkt über einem Einkaufszentrum. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Sicherheit der kompletten Anlage sind die drei Brücken, welche die Turbinen tragen werden. Die Brückenkonstruktionen müssen, wie die Rotoren, hohen Windgeschwindigkeiten trotzen und jeweils einem Gewicht von elf Tonnen standhalten. So viel wiegt jede einzelne der drei Windkraftanlagen. Zusätzlich werden weitere Kräfte an den Brücken zerren, ausgelöst von der Rotation der Windräder. Bis zu 38 Mal pro Minute werden sich die Rotoren um ihre eigene Achse drehen. Die Ingenieure wissen, dass jede Schwäche in der hochbelasteten Verbindung von Brücke und Turbine zur Katastrophe führen kann. Es droht der sogenannte Resonanzeffekt. Im schlimmsten Fall könnte es passieren, dass die Auf- und Abbewegungen der Brücke die gleiche Frequenz erreichen wie die Schwingungen, die aus der dynamischen Bewegungsbelastung der Windturbine resultieren. Der Wind versetzt nicht nur die Rotorblätter in Bewegung, sondern auch die Brücke selbst. Bei identischer Frequenz verstärken die Bewegungen einander. Die dadurch entstehenden Rüttelkräfte können immense Ausmaße annehmen. Die Brücke würde dann immer stärker in Bewegung geraten, bis sie zusammenbricht. Das wollen wir natürlich unbedingt verhindern. Eine Versteifung soll sicherstellen, dass die Brücke stets in höherer Frequenz vibriert als die Turbine. So schließt Lars Torbeck den gefürchteten Resonanzeffekt aus. Der Windkanal deckt eine weitere Gefahrenquelle auf. Bei plötzlichen Änderungen der Windgeschwindigkeit verbiegen sich die Rotorblätter und kommen der Brücke bedrohlich nahe. Kritisch wird es, wenn der Wind das Rotorblatt erst in seine Richtung drückt und dann auf einmal nachlässt. Das Blatt schnellt dann zurück und kommt in Schwingen. Gewöhnliche Windräder werden im Fünf-Grad-Winkel zur Vertikalen montiert. Das erhöht den Abstand zwischen Turm- und Rotorblättern und macht eine Berührung unmöglich. Auf einer Brücke funktioniert dieser Trick nicht. Um trotzdem eine Kollision auszuschließen, gestalten die Ingenieure die Brücken in V-Form. Dadurch wächst der Sicherheitsabstand zwischen Brücke und Blattenden auf 1,70 Meter. Die beiden Dänen haben somit alle Probleme gelöst. Allerdings nur unter Laborbedingungen. Wir wissen natürlich nicht, ob die reale Anlage sich genauso verhalten wird wie das Modell. Mit ihrem Entwurf der Windkraftanlagen und Brücken haben Ole Sangil und Lars Thorbeck Sean Kielers Traum vom windenergiebetriebenen Wolkenkratzer der Verwirklichung ein Stück näher gebracht. Aber noch bleibt viel zu tun. In Bachrhein muss Bauleiter Simon Hill einen engen Zeitplan einhalten. Die elliptische Form der Türme hat ihm die Arbeit nicht gerade leicht gemacht. Das Betonieren ist äußerst schwierig. Wir können keine normale viereckige Verschalung verwenden, weil alles geschwungen ist. Und auch die Gerüste müssen den Kurvenformen der Türme folgen. Das macht den Bau kompliziert. Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben, denn schon die kleinste Abweichung wäre nicht mehr auszubügeln. Doch für dieses revolutionäre Projekt nimmt Simon Hill alle Mühen in Kauf. Das ist ein ganz besonderes Bauwerk. Es gibt weltweit zahlreiche Gebäude, die genauso hoch sind. Aber kein anderes Hochhaus hat so einzigartige Eigenschaften wie dieses. Zweieinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich erreicht das Bachrhein World Trade Center seine endgültige Höhe, 240 Meter. Nun steht die Mannschaft, die es baut, vor ihrer bisher schwierigsten Aufgabe, die Installation der Brücken. Jede von ihnen wiegt 68 Tonnen. Das Einpassen erfordert absolute Präzisionsarbeit. Die Fehlertoleranz liegt bei Null. Die Brücken sind aerodynamisch geformt und werden an Stahlseilen nach oben gehoben. Pro Stunde um elf Meter. Jeder unerwartete Windstoß kann sie außer Kontrolle bringen. Jetzt hängt das Gelingen des ganzen Projekts vom Fingerspitzengefühl des Kranführers ab, der sich blind auf die Kommandos seiner Kollegen verlassen muss. Die Brücken werden nur auf einer Seite mit dem Gebäude verschraubt. Die andere ruht auf soliden Stahlrollen. Denn wenn der Wind gegen die segelförmigen Türme weht, geraten diese in Schwingung. Genauso wie die Ausdehnung und Kontraktion des Stahls unter der heißen Sonne von Bachrhein verursachen diese Schwingungen langsame Vor- und Rückwärtsbewegungen. Die Stahlrollen müssen das ausgleichen. Bis zu sieben Meter weit können die Türme im Extremfall auseinanderschwanken. Der Spielraum, der dann noch bleibt, beträgt nur 30 Zentimeter. Reicht das nicht aus, geht der Schaden in die Millionen. In der schwindelerregenden Höhe von 133 Metern wird die letzte Brücke montiert. Dann steht die nächste Herausforderung bevor. Das Heben des Generators und seiner Rotoren. Wir teilen uns in zwei Gruppen. Eine zieht mit Dave die Turbine hoch, die andere bleibt unten und kümmert sich um die Propeller. Ole Sangil und Lars Thorbeck sind für diese Aktion extra aus Dänemark eingeflogen. Das Zeitfenster für die Installation der Windkraftanlagen ist eng, nur sieben Tage. Jede Verzögerung würde enorme Kosten verursachen. Die zwei unteren Generatoren sind bereits montiert. Vor dem Startschuss zum dritten treffen sich alle Beteiligten zur Planungsbesprechung. Es gibt schlechte Nachrichten. Leider macht uns der Wind zu schaffen. Heute herrschen Windgeschwindigkeiten von 50 Stundenkilometern und die Wettervorhersage ist nicht gerade ermutigend. In puncto Windgeschwindigkeit herrschen strenge Regeln. Es gibt zwei fixe Werte. Ab 30 Stundenkilometern heben wir nur noch kleine Ladungen und ab 50 kmh hören wir ganz auf. Die heutigen Bedingungen liegen hart an der Grenze. Trotzdem trifft das Team alle Vorbereitungen und hebt den 6,5 Tonnen schweren Generator schon ein kleines Stück in die Höhe, um ihn auszubalancieren. Ingenieur Dave Root, der die Hebeaktion überwacht, hofft auf eine kurze Flaute und hat Glück. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf 35 Stundenkilometer. So schnell es geht, zieht der Kran den Generator nach oben. Dort sollen ihn 18 Stahlbolzen, jeder fast drei Zentimeter stark, fixieren. Hochkonzentriert gehen die Männer zu Werke. Sie wissen genau, dass sie auf absehbare Zeit keine zweite Chance bekommen werden. Nach einigen Stunden Arbeit in luftiger Höhe zieht Dave Root die letzte Schraube an. Trotz ungünstiger Windverhältnisse hat er den Zeitplan bisher eingehalten. Das schwierigste Manöver allerdings haben er und sein Team noch vor sich. Die Rotorblätter für alle drei Windkraftanlagen liegen noch am Boden. Sie müssen zusammengesetzt, angehoben und an die Generatoren montiert werden. Sean Killers visionäres Vorhaben verlangt den Ingenieuren und Monteuren nun alles ab. Sie müssen drei aerodynamisch geformte Rotoren zwischen zwei Türmen platzieren, die den Wind in ihrer Lücke noch beschleunigen. Der nächste Tag liefert schließlich den endgültigen Beweis für die Unberechenbarkeit des Wetters. Letzte Nacht gab es einen Sturm, der Wind hat extrem aufgefrischt. Er hat 110 Stundenkilometer erreicht, so stark war er seit Baubeginn noch nie. Aktuell liegt die Windgeschwindigkeit bei 85 kmh und die weiteren Prognosen sind miserabel. Ein kräftiger Nordwestwind, der Schamal, überzieht die gesamte Umgebung mit Staub aus den syrischen, irakischen und jordanischen Wüstengebieten. Der Einsatz des Krans ist heute undenkbar. Um die Rotoren gefahrlos heben zu können, muss die Windgeschwindigkeit unter 21 Stundenkilometern liegen. Aktuell fegt der Schamal mit 85 über die Baustelle. Den Männern bleibt nur eines, abwarten. Zwischen den Türmen ist die Windgeschwindigkeit noch höher. Hier unten kommt einem der Wind gar nicht so kräftig vor. Aber wir haben Messgeräte auf dem Kran, damit wir wissen, wie stark er weiter oben weht. Stürme sind in dieser Gegend keine Seltenheit. Wenn ein Wirbelwind auf die Türme trifft, wird er nach innen gelenkt. Oben auf der Brücke wird's dann heftig. Genau deshalb hat Sean Keeler diesen Standort ausgewählt und das Gebäude den Gegebenheiten angepasst. Um den Wind zu kanalisieren und zu bündeln. Im Erdgeschoss beträgt der Abstand beider Türme 126 Meter. Oben aber zwängt sich der Wind durch eine nur noch 33 Meter schmale Öffnung. So wertvoll der Wind sein wird, wenn die Rotoren montiert sind, so schwierig macht er es dem Team, sie an ihren Bestimmungsort zu hieven. Auch die Windrichtung müssen die Ingenieure im Auge behalten. Wird der Wind nur an einer Seite stark, wird der Rotor kaum kontrollierbar. Sind die Blätter erst montiert, haben die Rotoren einen Durchmesser von fast 30 Metern. Der Abstand zwischen beiden Gebäuden ist nicht einmal vier Meter größer. Jede Kollision würde viel Zeit und Geld kosten. Zunächst setzen die Männer die einzelnen Rotorblätter zusammen. Dann befestigen sie die Blätter an der zentralen Narbe. Sobald der Wind nachlässt, soll die heikle Hebeaktion beginnen. Die Bodencrew arbeitet mit langen Seilen. Mit ihrer Hilfe sollen die Rotorblätter in Sicherheitsabstand zu den Wänden gehalten werden. Am Nachmittag flaut der Wind ab. Es kann losgehen. Die ganze Aktion darf jetzt nicht länger als zwei Stunden dauern. Andernfalls bricht die Dämmerung herein. Dann wird es kompliziert und gefährlich. Der Wind ist runter auf 21 kmh. Ein Team ist oben auf der Brücke, auch die Leute von Norwin. Jetzt kann es losgehen. Wir sind bereit. Die Ladung besteht aus drei mit der Narbe verschraubten Rotorblättern. Gesamtgewicht mehr als vier Tonnen. Dieser Turmdrehkran trägt alles Gewicht. Beim heutigen Einsatz wird er bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten belastet. Millimeterarbeit oben und unten. Am ersten Generator steht Ole Sangil und wartet. Dutzende von Windkraftanlagen haben er und seine Leute schon aufgestellt. Aber noch nie auf einer Brücke, die noch dazu zwischen zwei Gebäuden hängt. Die Windstärke bleibt konstant. Doch dann ändert sich urplötzlich die Windrichtung. Gerade kommen Windstöße von hinten. Die treiben den Rotor nach außen. Wir müssen verhindern, dass er hin und her schwingt. Die Jungs am Boden müssen darauf achten. Nimmt der Wind weiter zu, drohen die Rotorblätter außer Kontrolle zu geraten. Die ganze Aktion müsste dann abgebrochen werden. Falls der Wind auffrischt und wir die Anlage wieder runterlassen müssen, wäre es verdammt schwer, sie unbestätigt auf den Boden zu bringen. Wir könnten sie auch einfach etwas ablassen und auf eine neue Flaute warten. Aber hoffentlich wird das alles nicht nötig sein. Das erste Windrad schwebt jetzt mehr als 60 Meter über dem Boden. Exakt auf Augenhöhe mit der ersten Brücke. Ein kritischer Moment. Der Abstand zur Wand beträgt nicht einmal vier Meter. Der Rotor muss so schnell wie möglich fixiert werden. Schon taucht das nächste Problem auf. Der tückische Wind zerrt den Rotor in die falsche Richtung, sodass er nicht nah genug an den Generator heran manövriert werden kann. Dave Root, der Leiter der riskanten Aktion, muss eingreifen. Er weist die Bodencrew an, die Führungsseile locker zu lassen. Ab sofort übernimmt die Mannschaft auf der Brücke das Kommando. Verfolgt unten genau, was wir oben machen. Wenn der Wind wechselt, müsst ihr wieder übernehmen. Endlich dockt der Rotor an. Es ist vollbracht. Die Anlage wird mit Bolzen gesichert und erhält eine aerodynamische Verkleidung. Also, der erste ist oben. Ein historischer Moment. Die erste Windkraftanlage der Welt an einem Hochhaus. Ihr Generator wird pro Jahr rund 400 Megawattstunden Strom erzeugen. Das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von 100 Haushalten. Die Rotorblätter sind aerodynamisch optimal geformt. Der Wind beschleunigt sie auf bis zu 38 Umdrehungen pro Minute. Die Drehung wird mithilfe einer langsam rotierenden Antriebswelle auf ein Getriebe übertragen, das sie auf eine weitere Welle leitet. Die treibt dann mit etwa 1500 Umdrehungen pro Minute den Generator an. So wird saubere Energie für das Bahrain World Trade Center erzeugt. Noch ist erst das untere Windrad in Position. Und je weiter es hinauf geht, desto stärker weht der Wind. Die Kontrolle der Rotorblätter wird mit jedem Höhenmeter schwieriger. Der nächste Tag. Die Wetterbedingungen haben sich weiter verschlechtert. Die Stadt Manama verschwindet bei starkem Wind unter einer Wolke aus Sand und Staub. Die Crew bleibt am Boden und montiert den zweiten Satz Rotorblätter. Die stetigen starken Winde sind eine unerschöpfliche Energiereserve. Doch die häufigen Stürme bergen auch Gefahren. Und zwar dann, wenn Windräder den Menschen so nahe kommen wie hier. Diese Turbine sitzt ja praktisch mitten zwischen Menschen. Unten ist ein Einkaufszentrum an beiden Seiten Büros. Wir müssen also jeden möglichen Unfall absolut ausschließen. Die Rotoren sind so gebaut, dass sie selbst einem Hurricane mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Stundenkilometern standhalten. Um jeden Zwischenfall auszuschließen, befinden sich massive Verstärkungen in den Blättern. Sollte ein Rotorblatt brechen, würden seine Einzelteile von starkem Stahltrossen im Inneren zusammengehalten, sodass kein Bruchstück davonfliegen könnte. Im Falle eines Hurrikans werden die Blattspitzen eingeklappt. Dann stehen sie so angewinkelt, dass sie als Bremse wirken und den Rotor in Sekundenschnelle stoppen. Das zweite Windrad ist fertig montiert und klar zur Hebung. Doch der Wind weht zu stark. Die Aktion muss verschoben werden. Auch am folgenden Tag lässt der Wind nicht nach. In der Zwischenzeit arbeiten Bautrupps an anderen Teilen des Gebäudekomplexes. Die Windkraftanlage wird Energie erzeugen. Und das ganze Bauwerk ist so konstruiert, dass es diese Energie optimal nutzt. Die ganze Planung ist von Anfang an bis ins kleinste Detail auf Energieeffizienz und niedrigen Energieverbrauch ausgelegt. Doppelverglaste Fenster schützen das Innere vor der starken Sonne. Sie absorbieren 85 Prozent der Wärmestrahlung. Das Bachrhein World Trade Center benötigt nicht einmal halb so viel Energie wie vergleichbare Bauwerke in der Umgebung. Hocheffiziente Klima- und Beleuchtungsanlagen senken den Strombedarf und damit auch die Kosten. Alle Verbraucher sind überaus sparsam und dennoch leistungsfähig. Am Nachmittag flaut der Wind endlich ab. Der Augenblick zur Hebung des zweiten Rotors ist gekommen. Wenn es nach oben geht, darf sich nichts verknoten. Die Seile müssen hier durchlaufen und dann heißt es ziehen. Die Erfahrungswerte der ersten Aktion helfen nun weiter. Okay, das bedeutet beidseitig, versteht ihr? Der Wind kommt diesmal aus Nord und drückt die Rotorblätter in Richtung Generator. Das erleichtert das Justieren. Alles passt. Die zweite Hebeaktion ist perfekt gelaufen. Die dritte allerdings wird die schwierigste. Am nächsten Tag steht die Crew dicht vor ihrem Ziel. Aber die letzte Hürde ist riskant. Die oberste Brücke ist die schwierigste, weil die Führungsseile so steil verlaufen. Sehr schwer zu kontrollieren. Bauleiter Simon Hill ist nervös. Die oberste Brücke ist unser Albtraum. Da oben ist der Wind am heftigsten. Wir hatten heute früh eine Besprechung. Laut Wettervorhersage haben wir nur ein ganz kurzes Zeitfenster. Das wird extrem knapp. Wenn die Windbedingungen nicht passen, wird das Risiko unkalkulierbar. Wenn wir gerade den ersten Bolzen reintreiben und dann eine Böe kommt, reißt sie den Bolzen raus und wir verlieren die Kontrolle. Wir müssen also sicherstellen, dass alles glatt geht und dürfen kein Risiko eingehen. Das Team aus Dänemark sondiert die Lage auf der obersten Brücke. In 133 Metern Höhe bereiten die Männer den Generator vor. Der Wind weht mit 25 Kilometern pro Stunde, knapp über dem Grenzwert von 21. Laut Vorhersage wird es in den nächsten Tagen jedoch eher schlimmer als besser. Die Ingenieure wägen ab. Riskieren sie die Hebung trotz etwas zu starken Winds oder warten sie möglicherweise wochenlang, bis sich eine neue Gelegenheit bietet. Windgeschwindigkeit bitte. Und verändert. Die endgültige Entscheidung muss Ole Sangil treffen. Die Messwerte sind eine Sache, unser Gefühl hier oben eine ganz andere. Noch einmal lässt Simon Hill die aktuellen Werte aller Messgeräte übermitteln. Windgeschwindigkeit ist jetzt 23 kmh. Ole, sollen wir die Hebung wagen? Nein, das Risiko ist zu groß. Das sollten wir nicht eingehen. In Ordnung, Ole. Wir sichern alles, machen Mittagspause und schauen, wie es danach aussieht. Die Aktion ist vorerst gestoppt. Auch nach der Mittagspause ist die Windgeschwindigkeit unverändert. Aber Simon Hill und Ole Sangil haben für und wieder nochmals abgeweckt. Dave, wir bringen es so bald wie möglich hinter uns. Ihr Ergebnis? Die Windstärke liegt zwar knapp über dem Grenzwert, doch wenn die Vorhersage stimmt, bekommen sie auf absehbare Zeit keine zweite Chance. Sie wagen es. 23 Stundenkilometer im Moment, stabil. Wir haben von der Brücke das Startsignal bekommen. Wir fangen jetzt an zu heben. Eine knifflige Entscheidung und nicht ohne Risiko, aber eine Entscheidung. Sie sind oben, wir starten. An den Haken und rauf damit. Alles klar, Simon? Wir haben ein verwickeltes Seil, aber wir kriegen es hin. Im unpassendsten Moment frischt plötzlich der Wind auf. Jetzt heißt es, Ruhe bewahren. Stopp den Kran, sonst verlieren wir die Kontrolle. Ihr behaltet das im Auge gut festhalten jetzt. Die Seilführer kämpfen mit den Rotorblättern. Ziehen, feste Ziehen! Macht weiter, Haken nach oben. Hier wird es eng. Die Blätter sind stabilisiert. Es geht weiter. Der Kran hebt das Windrad so langsam wie möglich, um Schwingungen zu vermeiden. Wir haben noch 10, 15 Meter vor uns. Wir müssen hier unten einfach alles gut festhalten. Schließlich erreicht der Rotor seine Bestimmungshöhe. 133 Meter. Jetzt übernimmt die Mannschaft auf der Brücke das Kommando und die Bodencrew blickt gespannt nach oben. Ich bin echt nervös. Runter bekommen wir das Ding jetzt nicht mehr. Jedenfalls nicht kontrolliert. Das wird auch nicht nötig sein, denn die Übung gelingt. Alle Beteiligten leisten Präzisionsarbeit, trotz Zeitdrucks. Okay, lass los. Das war's. Gute Arbeit, Jungs. Vielen Dank. Das Geräusch, als der Wind auf den Rotor traf, so klingt ein Erfolgserlebnis. Ich konnte es auf der Brücke sogar spüren. Alle drei Windräder sind an ihrem Platz. Es ist geschafft. Wir lassen noch die Seile runter. Der Kran hat seinen Job erfüllt. Die Ausrüstung kann weggepackt werden und ich gönne mir eine Tasse Tee. Nach dem Rückbau der Hebevorrichtung und des Krans betrachten die Männer stolz ihr Werk. Der Traum vom weltweit ersten, sich selbst mit Energie versorgenden Wolkenkratzer hat Gestalt angenommen. Der alles entscheidende Praxistest steht jedoch noch bevor. Erst wenn die Generatoren laufen und Strom erzeugen, hat Sean Killer es der ganzen Welt gezeigt. Seine Vision ist bereit für die Wirklichkeit. Nach acht Monaten Bauzeit steht das Bahrain World Trade Center kurz vor der Vollendung. Alles ist angeschlossen und betriebsbereit. Noch drehen sich die Windräder zwar nicht, aber der Moment der Wahrheit steht kurz bevor. Hält das schwebende Kraftwerk den realen Bedingungen stand? Drei Jahre Planung. Drei Jahre im Dienst einer einzigartigen Vision. Jetzt muss alles funktionieren. Der erste Testlauf steht an. Und jeder wartet aufgeregt, was wohl passiert. Schließlich ist das hier eine Premiere. Heute schreiben wir Geschichte und ihr seid live dabei. Der historische Moment verzögert sich. Das Wetter spielt nicht mit. Erstmals seit Wochen herrscht in Manama fast vollkommene Windstille. Nur eine leichte Brise weht über die Stadt. Acht bis neun Stundenkilometer Windgeschwindigkeit. Das reicht gerade so für den Test. Die Ingenieure lösen die Sicherungssperre. Und überlassen den Rest dem Wind. Das ist wunderschön, einfach traumhaft. Ich kann es kaum fassen. So viel Zeit ist seit der ersten Skizze vergangen. Jetzt stehe ich hier und die Anlage läuft. Wirklich unglaublich. Unter Volllast werden sich die Rotorblätter bald 38 Mal pro Minute drehen. Einfach toll. Auf diesen Moment haben wir so lange hingearbeitet. Im Abstand von je einem Monat werden auch die mittlere und die obere Anlage gestartet. Die dänischen Ingenieure werden die Systeme von Kopenhagen aus überwachen. Die nötigen Daten erhalten sie via Internet. Die Windkraftgeneratoren des Bahrain World Trade Centers erzeugen saubere Energie. Rund 1200 Megawattstunden pro Jahr. Das entspricht dem Heizwert von etwa 170 Tonnen Kohle oder 125.000 Litern Öl. Am Anfang stand die kühne Vision eines Architekten. Ich bin geradezu besessen von der Idee, Energiequellen in meine Bauobjekte zu integrieren. Und ich gehe nicht davon aus, dass dies hier ein einmaliger Geniestreich ist. Ich möchte beweisen, dass es viele verschiedene Lösungen gibt für alle möglichen Gebäudetypen. Niemand kann seriös prognostizieren, ob sich Sean Killers Konzept durchsetzen wird. Aber jetzt steht fest, es funktioniert. Ich bin sicher, dass bald viele Architekten unserem Beispiel folgen werden. Hier hat es geklappt, warum also nicht auch woanders? Das Bahrain World Trade Center sendet ein klares Signal. Wer nachhaltig baut, baut auch ökonomisch und wird unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht. Und das Ergebnis kann richtig gut aussehen. Sean, Ole und Lars brüten bereits über Plänen für einen weiteren windenergieversorgten Wolkenkratzer. Diesmal im Nachbaremirat Dubai. Selbst in der Region der Welt, die am meisten vom Erdöl geprägt ist, hat sich der Wind gedreht. In Richtung Windenergie.